Heute werden wir uns dran machen, unsere GitHub-Projekte auf unsere Portfolio-Webseite zu bringen, indem wir Nuxt und die GitHub-API zu unserem Vorteil nutzen. Unser Ziel ist es dabei, eine langweilige und zeitaufwendige Aufgabe, das manuelle Hinzufügen von Projekten durch eine etwas komplexere Aufgabe zu ersetzen, die zwar mehr Zeitenanspruch nimmt, aber dafür zwei Minuten im Jahr spart, wenn wir neue Projekte hinzufügen oder verändern möchten. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir uns von einem langweiligen 10-Minuten-Job zu einem etwas weniger langweiligen 15-Minuten-Job hocharbeiten. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um Nuxt und vielleicht für die etwas Fortgeschrittenen unter euch, wie werden nämlich euer Entwicklerportfolio mit Nuxt etwas aufbessern. Und zwar werden wir gucken, dass man eure Projekte, die ihr vielleicht auf GitHub hostet und verwaltet, direkt auf eurem Portfolio in Echtzeit darstellen könnt. Also direkt so kleine Kacheln, die auf eure GitHub-Projekte verweisen. Dazu nutzen wir die GitHub-API. Ziemlich einfach alles, aber spannend. Und man sollte immer versuchen, alles an seinem Portfolio möglichst zu automatisieren, damit man selbst nicht immer irgendwas updaten muss. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los, wenn ihr Fragen oder Probleme habt. Ganz ohne Videobeschreibung findet ihr aber, wie immer, einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community join, euch mit anderen Entwicklern austauschen. Ansonsten, ja, wie gesagt, legen wir los. Viel Spaß. Auf geht's. So und los geht's mit einer standardmäßigen Erklärung meines Setups. Hier in der Seite sehen wir Visual Studio Code, hier in der Seite sehen wir Chrome und hier sehen wir eine relativ standardmäßige Nuxt-Installation. Prinzipiell habe ich hier nicht sonderlich viel verändert, aber durch meine Änderungen und das, was ich als Preset für dieses Video voraussetze, gehen wir hier mal durch. Das Offensichtliche, ich habe einen Public-Ordner mit Icons und hier lade ich drei Icons. Diese drei SVG-Icons brauchen wir halt für GitHub. Das ist einmal ein Auge für unsere Watcher, dann eine Fork und ein Star. Das sind quasi die drei GitHub-Icons. Die könnt ihr natürlich durch eure Custom-Icons ersetzen. Ansonsten habe ich hier eine SCSS-Datei. Wenn ich die öffne, seht ihr, das ist meine Standard-SCSS-Datei, wo ich Schriften lade, in diesem Fall, wo ich auch beispielsweise Farben lade oder hier unten so ein bisschen Standard-CSS-Config mache, dass der Hintergrund hier dunkel ist. Das könnt ihr gedroht ignorieren und hat keine Bedeutung für dieses Tutorial, weil ihr meinen Style ja schlecht kopieren wollt, sondern mehr quasi euch euer Design auf eurer Webseite unterordnen möchtet. Ansonsten in unserer Nuxt-Config habe ich einmal gesagt, ich nutze TypeScript in diesem Video. Ich würde auch sehr empfehlen, Nuxt nur mit TypeScript zu verwenden, weil es euch einfach viele Vorteile bietet. Dann gibt es hier ein Module, was ich installiert habe, nämlich das Image Edge-Module, was es euch vereinfacht, Bilder zu importieren in Nuxt. Ich würde es auch jedem empfehlen, jedes Bild, was ihr in Nuxt Bilder benutzt, immer mit diesem Module zu verwenden, weil es euch viel Arbeit erspart. Ansonsten haben wir hier unseren Pre-Processor-Vid und natürlich Options, die wir definieren, nämlich SCSS, sodass ich quasi die gerade angesprochene Main.SCSS-Datei in jeder Komponente, in jeder Seite in Nuxt verfügbar habe. Also ich muss die nicht überall neu importieren, sondern sie ist einfach überall verfügbar und ich kann direkt auf meine Variablen beispielsweise zugreifen, wenn ich irgendwas mit Styling mache. Ansonsten in unserer App.View, seht ihr, habe ich nur eine Seite erzeugt, die 100% der Seite einnimmt und ich habe hier oben eine Index-View, die, wie ihr seht, noch relativ leer ist. Das ist auch schon alles, was ich für dieses Video vorbereitet habe. Ihr könnt, wie gesagt, mit einer Standard-Nuxt-Installation starten. Ihr könnt dieses Video auch aber ohne weiteres adaptieren, für zum Beispiel Angular, React oder auch SvelteKit. Das ist alles überhaupt kein Problem und die gezeigten Konzepte funktionieren auch mit reinem JavaScript, auch wenn ihr hier ein bisschen umdenken müsst, weil ihr dann gewisse Funktionen nicht habt, die in Nuxt verfügbar sind. Aber grundsätzlich legen wir jetzt los, also viel Spaß. Unser Plan ist ziemlich einfach. Er besteht aus drei Punkten. Nummer eins, wir müssen in Zukunft nichts mehr machen. Nummer zwei, in Zukunft gibt es keine Arbeit mehr für uns. Und Nummer drei, wir wollen die GitHub-API nutzen. Aber wie genau läuft das eigentlich ab? Grundsätzlich habt ihr wahrscheinlich alle ein GitHub-Account. Hier habt ihr vielleicht ein Projekt, vielleicht auch noch ein zweites oder ganz viele. Und man könnte jetzt theoretisch hingehen und für jedes dieser Projekte irgendwie auf seiner Webseite so einen Link erstellen, wo man zu dem Projekt verlinkt. Und dann macht man das für das nächste und so weiter. Also wir haben ganz viele kleine, einzelne, wiederholte Elemente, die wir manuell verwalten wollen. Das ist falsch, weil es verstößt gegen unsere beiden Konzepte. Wir wollen nichts mehr machen und in Zukunft keine Arbeit mehr. Das Schöne ist aber, GitHub bietet uns hierfür eine Möglichkeit. Und zwar haben wir hier eine Get-Schnittstelle, eine sogenannte REST-Schnittstelle, die wir auf eine Domain und eine Subdomain von GitHub benutzen können, nämlich auf die Subdomain API und hier GitHub.com. Hier haben wir eine Schnittstelle, die nennt sich Users, wo wir einen Identifier benutzen können, nämlich User Name, also unseren Benutzernamen von GitHub, um genau unsere Nutzerinformationen abfragen zu können. Hier wollen wir jetzt die Repost, also unsere eigenen Projekte. Und GitHub ist so freundlich und returnt uns eine Liste aller unserer Projekte, die wir öffentlich einsehbar gemacht haben, also keine privaten Projekte, als JSON-Format. Und das ist sehr hilfreich, weil wir können dann diese Projekte nutzen, um die auf unserer Webseite anzuzeigen. Bei dem ganzen Ablauf kommunizieren also drei Einheiten. Einmal unser Nutzer, unser Web-Server und unser GitHub-Server beziehungsweise die GitHub-API. Das läuft dann wie folgt ab. Unser Nutzer requestet zum Beispiel unsere Webseite, unser Web-Server antwortet mithilfe von Nux, indem er als erstes hingeht und die GitHub-API fragt, gib mir mal bitte alle Projekte. Die GitHub-API gibt uns alle Projekte zurück und wir geben dem Nutzer die Webseite inklusive aller unserer Projekte. Das ist also das Grundkonzept, was wir heute bauen werden und wie das genau abläuft, wie das technisch funktioniert und wie es gestylt wird, seht ihr in den nächsten 15 Minuten. Um auf die gerade beschriebene Schnittstelle zugreifen zu können von GitHub, müssen wir gar nicht viel machen. Wir nutzen hierfür die UseFetch-Funktion, um einen GetRequest direkt an die Schnittstelle zu schicken und diese Schnittstelle versteckt sich hinter der Internetadresse api.github.com. Hier kann ich jetzt auf eine Unterschnittstelle zugreifen, nämlich Users, wo ich meinen Benutzernamen übergebe und dann quasi erwarte, dass mir die Schnittstelle alle Repos dieses Nutzers zurückgibt. Also diese Funktion returnt uns jetzt schon unsere gesamten Repositories. Es handelt sich dabei aber um eine sogenannte asynchrone Funktion. Deswegen müssen wir hier vor eine Wait einsetzen und da wir in Nuxt sind, können wir einen sogenannten Top-Level-Await, also direkt auf der obersten Ebene einfach Wait benutzen, um hier uns die Arbeit einfacher zu machen. Um jetzt auf unsere Daten zugreifen zu können, können wir hier beispielsweise auf das Objekt, was uns UseFetch zurückgibt, zugreifen und hier den Eintrag, nämlich unsere Daten auslesen. Das kann ich jetzt hier oben auch einfach mal ausgeben, wenn ich natürlich die Klammersetzung richtig mache und sage, zack, hier sind auch schon unsere Daten von unserem GitHub-Profil. Prinzipiell ist es aber häufig so, dass ihr in einem größeren Projekt mehr als nur eine UseFetch in einer Datei habt und deswegen sollte man das umbenennen, um hier einfach mehr Klarheit zu schaffen. In dem Moment, wenn ich das jetzt speichere, verändert sich nichts, aber man weiß halt genau, was hier hinter steckt. Wenn ich GitHub-Projects als Variable-Namen lese, ist das deutlich mehr, ja, einprägsamer als einfach nur Data. Die UseFetch-Schnittstelle liefert euch auch noch mehr Informationen zurück. Zum Beispiel könnt ihr hier auch zum Beispiel IsPending, also einfach den Pending-State, ob diese Schnittstelle schon ausgelöst beziehungsweise aufgelöst wurde oder nicht und ihr könnt hier auch noch zum Beispiel die Errors rausfinden. Das machen wir jetzt nicht, ist aber ein lustiger Effekt, wenn ihr zum Beispiel so einen Loading-Spinner einbauen wollt, dann könnt ihr das an den Pending-State quasi beinden. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, ist das wie gesagt fertig. Wir sind aber hier in TypeScript und das bedeutet, wir sollten unsere Schnittstelle, also unsere UseFetch-Funktion hier typisieren. In unserem Fall erwarten wir nämlich ein Objekt, das heißt GitHub-Project und ein Array von diesen Objekten. Also wir haben ja nicht nur ein Projekt, sondern N Projekte und ihr seht, das hier ist rot geheilatet und der Grund dahinter ist, wir haben noch kein Typ definiert, kein Interface, was zu diesem Datensatz passt und das sollten wir jetzt ändern. Dafür öffnen wir unseren Dateibaum und legen hier einen neuen Folder an und zwar sagen wir hier einfach Types und innerhalb dieses Ordners legen wir eine neue Datei an, nämlich index.ts. Innerhalb dieser index.ts-Datei müssen wir jetzt unseren Typ definieren, dafür sagen wir hier oben einfach ein Standard Export und definieren uns hier jetzt eine Reihe von Interface-Objekten, zum Beispiel unser Standard-Interface-Objekt GitHub-Project. Dieses Projekt besteht zum Beispiel aus dem Namen und der URL unseres Projektes, einer Beschreibung, die können wir hier auch noch gut einbauen und natürlich ein paar Statistiken, nämlich unseren Watchern, unserem Star-Account und unseren Forks, also einfach ein paar Nummern, die wir als Statistik auslesen können. Diese Bezeichnungen hier sind eins zu eins die Bezeichnungen, die in diesem Datenwürrwer hier hinterliegen oder die ihr auf der GitHub-Dokumentationsseite, die unten verlinkt ist, findet. Also da steckt auch noch viel, viel mehr drin, als nur diese sechs verschiedenen Werte, aber das sind die einzigen, die wir in diesem Video brauchen, um diese Kacheln zu generieren. Ihr könnt euch ja den Datensatz mal in Ruhe durchlesen und das auch noch erweitern. In dem Fall, wenn wir das hier als Types definiert haben, sehen wir, unsere Schnittstelle hier oben ist jetzt korrekt definiert und der Fehler ist weg und wir können jetzt damit loslegen, unsere eigentlichen Kacheln zu bauen. So, dann gucken wir uns doch mal an, wie wir den Plan in die Tat umsetzen können. Als erstes erstellen wir hier eine neue Komponente, nämlich GitHub-Projekt.view. Das speichern wir ab und hier löschen wir als erstes mal das raus, weil das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr, das speichern wir jetzt so ab und jetzt müssen wir überlegen, wie können wir denn unsere Daten aus unserer Parent-Datei in unsere GitHub-Projekt.view reinholen. Und hierfür definieren wir uns als erstes einen Script-Part. Dieser Script-Part definiert jetzt eine Standard-Funktion von Nuxt, nämlich define-Properties. Und hier könnten wir jetzt innerhalb dieser Funktion uns Properties definieren, die wir dann mit Daten füllen. Deutlich einfacher ist es aber, aber hier direkt von TypeScript gebraucht zu machen, um einen Typ zu definieren. Wir sagen also, wir haben hier Project und Project ist vom Datentyp, in unserem Fall, einfach ein GitHub-Projekt. Und in dem Moment, wenn wir das jetzt so abspeichern und ich hier die Variable nehme und beispielsweise mir ganz oben einmal kurz ein Template erstelle, sagen wir mal, okay, zack, haben wir ein Template, dann kann ich hier einen P einbauen und sage, wir würden gerne Project und hier dann zum Beispiel unser Projekt-Namen ausgeben. Wenn wir das jetzt so abgespeichert haben, können wir ohne Probleme in unsere Index-Datei gehen und hier zum Beispiel sagen, in unserer Index-Datei machen wir jetzt oder greifen wir auf unsere Komponente zu, zack, und hier sehen wir, hier ist es rot, weil diese Komponente von uns eine Property erwartet, nämlich Project und dieses Projekt wollen wir natürlich auch übergeben. Und um das zu übergeben, gehen wir jetzt hier durch unsere Datensätze durch. Wir wissen ja, es handelt sich dabei um ein Array, also können wir sagen, Project in unseren GitHub-Project. Damit übergeben wir den Datensatz immer an unsere Komponente, also für jeden einzelnen Datensatz, für jedes Projekt in eurem GitHub-Account erzeugen wir eine neue Komponente, GitHub-Projects. Das speichern wir ab und wir sehen jetzt hier, zack, haben wir auch schon unsere Komponenten hinzugefügt. Wenn wir das jetzt ein bisschen schöner gestalten wollen, sollten wir natürlich hier zum Beispiel einen Div-Container umzubauen, wo wir dann als Child unser GitHub-Projekt drin haben mit der Klasse Page. Und diese Klasse Page können wir hier unten in dem Style-Part jetzt auch noch ein bisschen schöner gestalten. Zum Beispiel sollten wir sagen, dass wir hier Flex und Flex Direction Row benutzen wollen. Das wollen wir alles zentrieren und es soll umbrechen, wenn wir nicht genug Platz haben. Jetzt sehen wir, wir haben hier jetzt schon deutlich interessantere Styling-Geschichten. Wir machen jetzt hier zwischen unserer einzelnen Projekte noch einen Abstand, nämlich einen Rem mithilfe von Gap. Unser Container soll 100% haben, aber eine maximal Weite und etwas Innenabstand. Und in dem Moment haben wir hier unsere Projekte hinzugefügt, die sich jetzt immer ausrichten, je nachdem, wie viel Platz sie brauchen. Jetzt sollten wir uns damit beschäftigen, unsere Container wirklich so aussehen zu lassen, wie in der Demo gezeigt. Also weiter geht's. So, um jetzt unsere Projekte richtig anzeigen zu können, sollten wir uns hier oben als erstes mal einen wirklichen Link generieren. Dieser Link, den erzeugen wir uns hier oben einfach und das Erste, was ein Link braucht, ist natürlich ein Ziel, in diesem Fall ein href, wo ich einfach auf unsere Property Projekt zugreife und dann hier auf unsere URL zu unserem GitHub-Projekt. Außerdem sollte jede korrekte Verlinkung einen Titel haben. Ich würde gerne unser Projekt immer auf einer neuen Seite öffnen, das mache ich mit Target Blank und natürlich möchte ich eine Klasse benutzen, damit ich unseren Link etwas effektiver stylen kann. Dafür sage ich einfach Class GitHub Project. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir nichts, weil wir nichts mehr ausgeben, aber das Ganze können wir relativ leicht verändern, indem wir hier drin zum Beispiel sagen, wir haben eine Diffbox mit einer Klasse, in diesem Fall GitHub Project Details, haben hier eine H3 und innerhalb unserer H3 greifen wir ebenfalls auf unsere Property zu, nämlich auf Project und hier zum Beispiel auf den Full Name. Außerdem haben wir hier unten eine Beschreibung, das packen wir in einen Paragraph und sagen hier Project, so Project Punkt und dann Description. Wenn wir das abspeichern, sehen wir hier unsere Beschreibungen. Wunderbar. Was wir jetzt machen müssen, ist das Ganze noch ein bisschen optisch zu verschönern. Das wird jetzt das nächste Kapitel. Um jetzt unseren Link, unsere Karte deutlich schöner zu gestalten, nehmen wir jetzt hier als Beispiel unseren SCSS-Block und sagen, wir würden gerne hier drin die Klasse GitHub Project stylen. Diese Klasse schreibt aktuell einen Link und das Erste, was wir hier machen wollen, ist unseren hässlichen Underline-Effekt hier zu entfernen. Machen wir, zack, ist weg. Und das Nächste, was wir machen wollen, ein Display Column hinzufügen. Das verändert jetzt grundsätzlich erstmal nichts. Was sich allerdings verändern wird, gleich, wenn wir unsere drei Stats hier unten hinzufügen, dass diese Stats ganz unten sind und der Text ganz oben. Und um eine gewisse Mindesthöhe zu erzielen, brauchen wir eine Größe, also sage ich hier 100% Höhe und eine Mindesthöhe, in diesem Fall von 12 Rem. Speichere ich so ab. Das Nächste, was wir hier drin brauchen, ist ein Hintergrund. Dafür nutzen wir die CSS oder das CSS Attribut Background Color RGBA und sagen hier meine Variable CI White und machen hier etwas geringere Deckkraft, nämlich in diesem Fall 3%. Und zack, haben wir wunderbare Karten. Was wir jetzt noch brauchen, ist einfach für den optischen Effekt ein Border Radius, weil bin ich ein persönlicher Fan von und ich möchte gerne hier auch noch einen Animationseffekt drauflegen für zum Beispiel unseren Mouse-Over-Effekt. Deswegen sage ich Transition 150 Millisekunden Ease In Out auf alle Attribute. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und so lasse, passiert erstmal nichts. Wenn ich hier jetzt aber das Ganze anspreche über wenn das Ganze den Hover-State oder den Fokus-State erreicht oder wir sind ja hier professionell unterwegs, das Ganze Fokus-Visible ist, dann möchte ich gerne etwas verändern und zwar in diesem Fall, wenn das Hover oder Fokus hat, möchte ich gerne Scale 0.9 machen und wenn das Ganze ein Fokus-Visible hat, möchte ich gerne ein Outline hinzufügen. Was bedeutet Fokus-Visible oder halt das andere? Wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, sehen wir, wir haben so einen kleinen Effekt und Fokus-Visible wird ausgelöst, wenn ich mit dem Tab durch dieses Projekt durchgehe. Also ich kann jetzt mit Tab innerhalb unserer Projekte auch navigieren, um zum Beispiel Tastatur-Bedienbarkeit zu verwenden. Außerdem würde ich gerne unsere Überschrift einfärben, wenn wir Maus-Over haben und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier drüber gehe mit der Maus, ist unsere Überschrift eingefärbt. Natürlich haben wir jetzt hier oben eine zweite Klasse verwendet für unsere Beschreibung und unsere Überschrift. Wir sind hier in SCSS unterwegs und da können wir einen kleinen Trick verwenden, nämlich können wir jetzt hier unten sagen und Minus Details und sprechen quasi die Klasse an, die hier oben Guitar Project Details heißt. Ob euch diese Syntax gefällt oder nicht oder ob ihr hier den gesamten Namen benutzen wollt und hier einfügen möchtet, indem man sagt, Punkt, den Klassennamen ist euch überlassen, funktioniert beides, sofern ihr SCSS oder SAS benutzt. Und hier können wir jetzt sagen, wir haben auch hier drin quasi Display Column, also Display Flex und dann Flex Direction Column. Und hier drin haben wir einen Innenabstand von einem Rem zum Rand der Karte. Seht ihr, hat wunderbar funktioniert. Und wir können jetzt sagen, hier drin wollen wir unsere Überschrift und unsere Beschreibung stylen. Einmal würde ich gerne unseren Innen- und Außenabstand dieser beiden Typografie Elemente quasi auf 0 setzen und wir würden auch gerne beides in der Schriftfarbe weiß haben. Außerdem würden wir gerne auch hier einen Animationseffekt drauflegen und wir würden zusätzlich gerne noch unseren Paragrafen, also die Beschreibung, die wir benutzen, noch ein bisschen weiter verändern, indem wir sagen, okay, wir würden hier gerne einen Margin setzen zu unserer Überschrift und wir würden auch gerne eine etwas kleinere Schrift verwenden mit aber einer etwas größeren Linie, also Zeilenabstand zwischen den einzelnen Zeilen und wir würden das Ganze auch gerne ein bisschen dunkler haben. In meinem Fall mache ich das mit Opacity. Ihr könnt aber auch hier eine andere Color verwenden, wenn ihr das möchtet. Wir sehen jetzt, wir haben hier schon mal unsere Karten erzeugt. Ich kann jetzt wunderbar durchgehen und das Ganze funktioniert soweit ganz gut. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist ein Effekt, den wir benutzen können, um diese drei Icons hier unten zu erzeugen und wie wir das in unserem Plan gemacht haben, bedeutet das, wir brauchen eine zweite Github-Projekt-Komponente. So, um jetzt unsere Stats korrekt anzeigen zu können, gehen wir hier oben hin und erstellen uns als erstes mal eine neue Komponente, nämlich Github-Stats. Hier erwarten wir genauso wie unsere vorherigen Komponente, dass wir Defined Properties haben, wo wir Projekt als Property erwarten und hier oben haben wir ein Template und innerhalb dieses Templates haben wir eine Div-Box mit der Klasse Stats. Hier drin haben wir dreimal eine Div-Box mit der Klasse Step und hier drin erzeugen wir uns jetzt einmal eine Ausgabe, nämlich auf unsere Counter, wie viele Stars wir haben, dann eine Ausgabe auf unsere Forks und eine Ausgabe auf unsere Watcher. Wenn ich das Ganze abspeichere, passiert hier nicht und wir sollten das Ganze jetzt erstmal, denke ich, einwinden, dass etwas passiert. Dazu gehen wir nochmal in unser Github-Projekt und innerhalb unseres Links erzeugen wir uns jetzt hier eine neue Komponente und reichen hier jetzt unser Projekt einfach durch. Jetzt, oder das Ziel und die Idee dahinter ist ja, dass wir uns so die Arbeit ersparen, das Styling in dieser Komponente verwalten zu können und wir da zum Beispiel Effekte oder so etwas schön geschachtelt in unsere eigenen Komponente, nämlich dieser hier, verwalten können. Wir sehen jetzt auch hier wunderbar, unsere Stats wurden ausgegeben und was wir jetzt machen können, ist auf das Modul, was ich hier zu Beginn des Videos erklärt habe, nämlich auf Nuxt-Image zuzugreifen. Das ist so natürlich jetzt nicht korrekt gewesen, sondern wir müssen das Ganze so einbinden und hier sagen wir jetzt, okay, ich verweise mit einem SRC-Attribut direkt auf unser Icon, zum Beispiel das Icon Star und ich sage, okay, das Format dieses Bildes ist SVG. Icons sollten immer im SVG-Format sein, aber wir würden auch gerne hier das Ganze lazy loaden, also wir würden das Icon erst loaden in dem Moment, wenn es sichtbar wird und nicht in dem Moment, wenn zum Beispiel die Seite geladen wird. Das ist bei jedem Bild wichtig und sollte man immer machen und das Ganze brauchen wir jetzt dreimal. Das haben wir auch noch mit dem Icon für Forks und das haben wir auch noch einmal mit dem Icon für in diesem Fall Stats. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir hier drin unsere drei Icons und müssen jetzt noch Styling unserer Icons vornehmen und das kommt jetzt. So, auch hier gehen wir jetzt einfach rein und erstellen uns einen neuen Styling-Block und sagen, okay, wir haben hier unsere Stats und unsere Stats sind nicht wirklich kompliziert vom Aufbau. Wir sagen, die sollen bitte immer in einer Reihe, also mit Flex Row in einer Reihe gestylt werden. Wenn ich das abspeicher, sehen wir, alles rutscht wunderbar nebeneinander. Wir würden hier aber gerne 100% der Weite einnehmen und eine kleine Border nach oben hin definieren und dazu sagen wir Border Top 0.1 Rem und sagen hier Solid, also eine durchgezogene Linie und als Farbe nehmen wir RGBA CI White und definieren uns hier ebenfalls eine ganz dünne graue Linie. Die sieht man jetzt hier so ganz leicht, haben wir eine durchgezogene Linie. Außerdem würde ich gerne einen Außenabstand beziehungsweise Innenabstand und Außenabstand unserer Icons definieren über Padding 1 Rem. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier so ein bisschen Platz und ich würde gerne zwischen unseren einzelnen Icons jeweils zwei Rem Abstand haben. Wenn ich das jetzt abspeiche, rutscht das alles so ein bisschen auseinander. Wunderbar. Wir haben ja hier drin drei Childs, jeweils mit der Klasse Stat und das wollen wir hier unten natürlich repräsentieren, indem wir jetzt sagen, hier drin haben wir eine Klasse Stat. Auch hier sagen wir, wir haben Display Flags mit Row und wir würden gerne, dass das alles immer schön rechts beziehungsweise linksbündig ist. Aber wir wollen natürlich die Zahl mit unserem Icon zentrieren in der Mitte und das machen wir über Align Items Center. Wenn ich das abspeicher, sehen wir, die Zahlen sind wunderbar zusammengerutscht und wir würden aber zwischen unserer Zahl und dem Icon gerne ein bisschen Abstand haben und wir würden gerne die Schrift ein bisschen größer machen. In dem Moment kleiner machen. In dem Moment sind die Zahlen kleiner geworden. Wir können aber die Zahlen jetzt erstmal korrekt einfärben, in zum Beispiel weiß und wir würden natürlich gerne unser Bild nicht ganz so überproportional groß haben. Dafür sagen wir Image und sagen Weite 0,7 Rem. Wenn ich das jetzt abspeichere, rutscht das schon wunderbar zusammen. Wir definieren hier aber die Höhe auch zu Auto und wenn wir das haben, haben wir unsere Zeile hier drin. Aber wir haben noch eine Sache vergessen in unserer Parent Card und zwar sehen wir, dass unser Element hier unten quasi ganz nach oben durchrutscht und das wollen wir nicht. Hierzu gehen wir jetzt auf unseren Dateibaum, gehen auf unser GitHub Project und hier oben haben wir ja quasi unser GitHub Project, das die ganze Karte umfasst und wir würden jetzt gerne, dass unsere Beschreibung immer ganz oben ist und unsere Stats immer ganz unten. Und dafür müssen wir jetzt in unsere Kalim noch ein weiteres Attribut hinzufügen, nämlich Justify Content Space Between. Damit rutscht quasi das erste Schalt, das ist diese Diff Box, ganz nach oben, wie ihr seht und unsere Komponente, unser zweites Schalt, ganz nach unten. Also man versucht immer, den großmöglichen Abstand zu erzielen. Damit haben wir jetzt alle unsere Projekte wunderbar unserer Webseite hinzugefügt und ihr habt euch wenige Minuten gespart, in Zukunft diese Projekte manuell verwalten zu müssen. So, das war schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschau. Bis zum nächsten Mal.